. 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 Und ja, Leute, ich würde auch eine Sache euch ganz kurz sagen. Es geht darum, am 29. geht unser Shop online. Jetzt Freitag. 20 Uhr. Noch drei Tage, Leute, gehen wir online mit dem Onlineshop, mit dem Rahat-Kollektion. Und wir freuen uns mega drauf. Leute, es ist für jede Altersklasse was dabei. Nur wir haben die Größen S, M und L. Kein XS leider. Ja. Wir haben die Teichort, die wir auch gerne Lust haben. Ja. Wir sagen nicht, es ist für jede Altersklasse und sobald die Altersklasse. Wir haben die letzten Video gemacht. Was ist das? Ich habe die Dinge aus dem Majer. Ich habe die Dinge aus dem Majer. Nein, nein. Ich habe die Dinge aus dem Majer zu machen. Ich habe die Tantoni. 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 Ja, ich habe die Tantoni. Ja. Was war das? Ich weiß nicht, am Anfang der Trainern zu arbeiten. Wir haben die Kinder mit dem ihren Sultanstrahl gemacht. Wo ist das? Ich weiß nicht, dass wir die Kinder und die Kinder es universelle geben. Ich weiß nicht, dass er sehr gut ist. Ich finde sie, wir mal einen Tag zu machen. Ich weiß nicht, dass wir einen Tag zu machen. Aber wir wissen, wie ihr es verstanden ist. Vielen Dank, Herr Präsident! Ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an und los geht's. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Wir haben ein bisschen mehr. Wir haben die Brüder rausgeholt. Genau. Augenmaß, ich weiß es nicht. Es ist mehr als ein Kilo. Und wir haben die Brüder 5. 5 Auberginen. Wir haben die Brüder und die Brüder. Und die Brüder und die Brüder und die Brüder. Und die Brüder und die Brüder. Und die Brüder und die Brüder. Und die Brüder und die Brüder und die Brüder. Okay, sie wird erstmal die Zekrine alles klein machen. Und das kommt mit in das Fleisch rein. Und dann werden wir die Auberginen in der Form schneiden, die ihr gleich sehen werdet. Genau so. Und wir haben eine Brüder und die Brüder und die Brüder. Die Brüder und die Brüder. Und dann werden wir die Brüder und die Brüder und die Brüder. Das ist ein gekochter Wasser. Ich würde sagen, wir müssen die Brüder und die Brüder aufhören. Und dann können wir die Brüder schauen. Okay, okay. Und dann werden wir hier wieder aufhören. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, 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 ich bin da Das ist schon mal die neuen aktuellen, ok? Wir tun das, weißt du was ich? Weil ich gehört habe! Gel diste wissen, dass es viele Menschen mit ihr kennen. Vielen Dank beiyeis mit vielen Nachricht. 貴WhoLEX willen! Vielen Dank! Wir haben Usingen hier ein guter Deanc, das ist die Usem. Dort ist es wieder eine Gelegenheit. Sie waren hier Ausland. Sie waren hier im Übrigen. Sie waren hier einen Gelegenheiten. Wir waren hier ein höхstens. Wir haben hier einen Gelegenheiten. Wir haben die Haben hier auf den Begriff. Wir trafen uns morgen. Wir waren hier beim Ausland. Es gibt noch einen Gelegenheiten. Sie haben hier in den Biggeräuschen. Und wir haben hier in die Idee. Ihre Gelegenheiten. Sie sind hier in Baden und es gibtgonen. Ich habe jetzt die Freunde. Nein, Flüge. Sie sehen sie, es ist wirklich gut. Warum? Es ist eine Brücke für dich. Nein, nicht bitte. Hey, sie schon sagen sie halt. Dann machen sie mal ein Paar. Was ist das schon, der ist schlägt? Okay, lasst uns. Das ist ganz besser. Wir müssen das genau so machen, damit ihr Messer nicht auf dem Boden aufkommt, damit ihr es nicht durchschneidet. Du bist auch Technik-Wan-Yau. Hallo, ich habe die Alu-Schneiden-Til und ich habe die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Und die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Du kannst die Hau-Ai-Chi. Genau. Und ich habe die Hau-Ai-Chi. Und ich habe die Hau-Ai-Chi. Okay. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Ich habe die Hau-Ai-Chi. Zehn Minuten dauert das. Zehn Minuten. Ja. Dann würde ich sagen, fertig machen und wir sehen uns gleich. Das ist echt viel geworden. Sieht auch echt fresh aus. Ja. Also das Ganze eben auf. Ein bisschen an Teelchen. So nach oben. Das ist ungefähr ein Glas. Ungefähr ein Glas heißes Wasser. So, hier. Ein esnöffel Tomatenmark. 2-3 Löffel Öl 2 Teelöffel Salz 2 Teelöffel Salz Paprika Öl Karabiber 1-2 L 1-2 L 1-2 L 1-3 L 1-3 L 1-3 L 1-3 L 2-3 L 1-3 L 1 L So wie ihr seht es kommt jetzt gleich in den Backofen rein. Der Rest einfach in den Backofen rein. Ab in den Backofen. Wir haben den Backofen in den Backofen. Circa eine halbe Stunde. Das sieht auf jeden Fall sehr 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 lecker aus. Das hat sie sich auch noch mal so gemacht nebenbei. Das hat sie sich auch noch mal so gemacht nebenbei. Die haben ein bisschen so selbstgemachte Turschi. Einmal vorbereiten bitte. Jeder hat seine eigene Technik. Mama macht das so wie viele andere auch. Das machen viele so. So meine Freunde. Wie ihr seht einfach Wahnsinn. Auge ist mit. Spruch von Business Küche. Maraqa oder Maraqa? Maraqa. 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 Schutzstive. Maraqa. Birlar. Unter welches. Wir sehen uns das nächste Mal, Sammi, am besten aus Küche. Untertitelung des ZDF, 2020